Vama Prishta Januvrik Shasana ist der Baum mit dem linken Knie nach hinten. Mit anderen Worten, der Baum mit gebeugtem linken Knie. Daniel zeigt, wie es geht. Von der aufgerichteten Stehhaltung ausgehend beuge das linke Knie und gib den linken Fuß auf die Innenseite von Knie oder Oberschenkel. Gib die Hände vom Brustkorb zusammen und hebe dann die Arme hoch. Gib dabei das linke Knie so weit wie möglich nach links und damit nach hinten. So bist du in Vama Prishta Januvrik Shasana, der Baum mit gebeugtem linken Knie. Eine gute Gleichgewichtsübung, eine gute Übung, um dich gut zu fühlen wie ein Baum verwurzelt in der Erde und dabei geöffnet zum Himmel, offen für die Lichtstrahlen der Sonne.